Und ich begrüße euch zu einem weiteren Let's Play, League of Legends, let's play together. Halt die Schnauze, ja. Ja genau, mit den Vollpfosten. Weißt du, dann müsst das auf YouTube, für YouTuber auf? Ja. Ah, hey, für Redborne. Da kommt das erst danach hin. Das landet auf Fraser. Da muss ich allerdings noch ein bisschen mit Photoshop arbeiten, damit das... Nur TopLab braucht nicht mal einen Heiltrank unten, wo er trinket. Ach, der ist halt OP, ne? Richtig OP. Daniel, der riskiert hier und nimmt einen Award mit. Er kommt gleich noch. Ach, schon wieder zu früh gesetzt. Ich lerne es echt nie. Oh, Daniel ist angekommen. Ist angekommen. Ja. Reicht es, ne? Hier, meine Puppe. Die hilft dir. Verriggert die irgendwie meinen Cooldown oder so? Ja. Ich will es aber nicht wissen, wie. Und wie habe ich das Gefühl, du willst angeben? Minions hast du vor. Du hast mal Geld. Ey, danke, wir brauchen nicht helfen, ne? Ihr könnt helfen. Aber... Nein, das ist schade. Wir helfen dir nicht. Ich mache nur meinen Stun drauf, dann bin ich... Nein, 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 brauchst du nicht. Ey, das ist die neue Meta, ja? Ja, ich habe das alleine dran, das ist ohnehin zu sagen. Erik, du hast die erste Puppe zu früh gesetzt, du. Ich weiß, also die funktioniert noch. Der hilft mir Daniel sogar auch noch. So sozial ist der Junge. Ah, das soll ja den Scheiß supporten, ne? Ah, schon wieder das Falsche gemacht. Ey, ich bin heute echt vom Baum gesetzt. Das geht heute nicht mehr. Nichts Besonderes, oder? Ja. Ich meine, diese Bestärkung aus den hinteren Reinen, ne? Wie wär's mit dem Wattland Gang? Ja, ja, läuft's noch. Ist noch in der Arbeit. Völlig, überfällig. Ich bin wieder mein Pink, geil. Jeder von uns hat einen Pink, stell dir vor. Ja, ich habe einen Homepain. Brain. Ein Trash wollte ich nicht suchen, oder? Ja, alles muss doch auch werden. Alles. Ah, ich habe mich auf den Sack, du schweißt. Was Katharina mit ihrem Buß, Alter? Deine stimmt jetzt schon, deine stimmt jetzt schon. Ich bin schon lange weggelaufen und so, die kriegt mich da jetzt noch. Oh Gott. Ja, das ist eine Kenntnis. Was geht denn der? Eleg, du bist schuld, weil ich dir wieder helfen wollte. Ich wollte wieder sozial sein. Ach so, ist meine Schuld. Was machst du? Lutsch so heiß. Ich, ich fahre immer noch im Jungle. So wie es sich gehört. Ich muss echt lernen, um meine Puppen auch richtig aufzustellen. Hölle. So, Puppen sind super aus. Mitländen sind auch super aus. Also, seid ihr wohl wahrscheinlich die... Unsere Botlane ist meine einzige Sorgen. Ich sage es mal so. Ja, Mitländs, mitländs noch gekillt. Ja. Ähm, lol. Ja, da spüren wir doch alles. Nein, die hat sich zu mir geflasht. Was war das denn für ein Flash von dem Liebsten? Nein. Das steht noch. Zeit. Ah, man ey. Die hat sich zu mir geflasht. Hat mich nie geleitet, ist weggegangen. Oh, ich bin zu Lollive. Ich habe mich eigentlich gesagt. Loll. Guck dir die Leben in den Mittagern, ne? Ja, ich bin zu Lollive. Sonst würde ich mir die holen. Mit des Idiots, ARK. Mit des Idiots, ARK. Wieso flamelt er jetzt? Und was von einem am R.S.W. Sieben. Weil du gestorben bist. Und er auch noch mit hinterher, ne? Über diese Kommentare von den Gädlern, wenn die wie sterben oder scheiße spielen. Äh, beliebt sind, äh, OP-Champ. Gehackt. Also Hacker. Oder einfach nur Noob. Das ist unter den Top 3. Was unter den Top 10 ist, will ich gar nicht erst wissen. Ja, die ist weggegangen. Die hat kein Leben mehr. Nein. Ich hätte die mir so easy geholt, aber ich habe kein Leben mehr. Ich glaube, der will zum ersten Mal. Ah, shit, ich habe mir gar kein Gehlad. Alter, die ist full in mich engaged. Einfach full engaged. Wie soll der Thresh denn nicht weggelaufen? So slow, so stupid, ey. Full engaged, why? Nice. Nice, alter, jetzt habe ich aber noch auf Band den Kill, den Double Kill. Hab geflägt. Das ist auch schön. Ja, ich habe es gesehen. Musst du sagen, easy, easy. Es ist zwar ein bisschen peinlich, aber okay. Ey, ich habe ja keinen Mana. Erik, wolltest du dich aufnehmen heute noch? Ja, ja, ich bin gerade dabei. Ich bin gerade dabei. Tut mir leid. Nein! Du willst jetzt machen mehr Damage als er. Musst, ja, unfair. Erik, ich verstehe nicht, wenn da drei Leute zwischenquatschen. Ups. Unskilled Player, ne? So, was wolltest du mir sagen? Was war das Wichtige, was du mir sagen wolltest? Du stirbst, glaube ich, gerade. Ah, ich werde ständig gankt, Alter. Ja, ich komme dann gleich auch mal. Die haben nicht einen Gang auf der Botlane bekommen. Ey, klappe zu da unten. Wir sind schon Level 4. Also, die Gegner. Ich bin fast Level 6. Ich bin höheres Level, also klappe zu da unten. Wenn ihr höheres Level als der Jungler seid, schämt euch. Oder kommt der Lies. Oh, ich habe kein Mana. Die Lies ist wirklich nicht, der tötet mich. Ich habe kein Mana gehabt für meine Ulti. Was macht der Lies denn da die ganze Zeit? Das ist doch... Oh, das war schlecht von mir. Ah, der mag mich nicht, der Lies denn, glaube ich. Ach, wir haben Rumble. Ah, ja, aber die Marina ist doch nicht. Das war gut, der 1 zu 80, Alter. Ah. Macht der Rumble Damage? Der tut nur so. Ich trat nur, weil sonst... Oh, da ist der Lies denn. Nur ein kleines bisschen. Ich weiß, das war gerade dumm von mir. Ich habe gedacht, ich kann ihn töten. Bin reingegangen, aber dann habe ich gesehen, dass kein Mana mehr für mein Ulti hat. Ah, Erik, guter Gank. Ja, der Lies denn ist mir entgegengelaufen. Tut mir leid. Das ist ziemlich dumm. Ich komme nochmal. Jetzt nochmal ein neuer Anlauf. Ah, stopp. Das wird diesmal ein Pro-Gank. Ich will bloß nichts Falsches sagen. Ja, ne, lass auch noch ein Bursch mal drauf. Vielleicht ich wieder ein bisschen trauen. Gut. Ey, willst du mich verarschen? Toll. Hol sie, hol sie, hol sie, hol sie. Safety first. Ey, willst du mich verarschen, ey? Wir haben nichts getroffen. Junge, die hat alles gedodget. Wenn man die Dodged-Skill hat, dann geht das. Diesen ist gut. Die Katharina... Braucht ihr ja noch nicht mal ihr Shampoo? Also. Sehr gut. So. Sagst du es, die dodged gut. Lass mich raten, die Botlane braucht Ganks, dann kommt gleich der Jungler und gibt Ganks. Cool. Ja. Sieh mal, so bin ich zu euch da unten. Und ihr... Und was krieg ich als Dank? Nur noch Flamerei. Ach, genug ist das, wer kommt das von dir? Nur noch Flamerei. Nur noch rumgeheulet. Ja, weil dieser Loopjabber dann in die Gank kommt. Hm. Kommst ja in die Ganken. Hm, bin schon Level 6. Mann, Mann. Nur noch diese Heulerei hier. Richtig asozial. Level 6 bist du. Bäh. Wie G ist das? Level 7. Level 7 ist viel cooler. Ah, Mann, ey. Ich hatte mal eine Schade. Die Dinger, die haben ja noch nicht viel abgekriegt. Ja. SS Katharina. SS Katharina. Oh, da ist sie ja. Ja, die ist... Die geht runter. Hier ist irgendwo... Kann mich lange suchen. Mal als Überraschung. Nein. Wieder nicht meine Katarina. Nein. Ey, du warst voll engaged. Ich bin gleich auch da. Du weißt schon, dass sie da gewordet haben. Ja. Wer mir sagt, dass ihr das jetzt überlebt? Ich glaube, es hat... Salih, das gibt's doch nicht. Oh, Salih. Oh, Gott. Hey, Mann, nein. Da guckst du die Gegend an, haben wir die Tür gekannt. Oh, ich will Ulti haben. Oh, nein. Ja, nice. Nein. Mach ihn. Sau, nein. Ja, ein S ist nochmal. Du hast das doch aufgenommen, ne? Ich nehm das grad auf. Ja, dann guckst gleich mal, wie es... Nein, lass mal Fahrrad getroffen. Ja, das hab ich nicht gesehen. Ich war hier unten mit der Botlane-Zugange. Tut mir halt. Aber ich komm gleich um hoch. Der hat überlebt, weil der scheiß Lee Sin ihn geschildert hat. Lass mal Greg machen gehen. Der ist im letzten Moment noch gekommen. Ja, warte. Ich bin überraschend für den Lee Sin machen. Und der Flash und den Greer drauf. Ding, mach, ding, mach. Toi. Oh, das ist ja wirklich. Der ist im Ulti-Place. Du musst weggehen. Äh, war nicht irgendwie Drag angesagt oder sowas? Ah, ich bin da. Oh, der Bini verrät uns. Oh, da sind zwei Ministers verraten. Witzig verarschen. Boah, ich glaub der Film. Oh, der hat mich da so genossen. Oh nein, 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 oh nein. Da geh ich nicht hin. Und du hast mich angemerkert, dass ich Flash mitgenommen hab. Ich hau ab. War schön mit dir zu reden, Daniel. Ja. Konnte meine E nicht mehr ausprobieren. Ja, dann arbeiten wir noch. Ja, die machen garantiert jetzt Drag, glaub ich. Oder nicht? Nö. Man brauchst nicht nur dran glauben. Jetzt machen wir Drag. Ja, die sind die. Ja. Lukas, hast du Ulti? Boah. Dann kann er Risen. Brandon. Mach einfach rein jetzt. Zu spät. Und die haben Drag. Oh, scheiße. Ja, dann komm ich mal Top-Lane. Nein. Ich hoffe, der Liest dann kommt noch nicht hoch. Warum hat der da gewordert, der Rumble? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ist der gefiedert? Der hat ein paar Kills. Ja, ein. Oder nicht nur einen. Ich dachte, der hat schon drei. Das wär auch schön geworden. So, jetzt. Na, ich wollte den nicht stieren, sonst hätte ich ihn schon gekillt. Die Ulti hat mich dann trotzdem noch getötet. Wo ist der Dissin? Äh, keine Ahnung. Der ist irgendwo im Jungle. Ja. Ja, ich hol mir erst die Go-Lams. Tower-Dive dich da, die Katharina? Sehe ich das richtig? Die ist doch nicht Level 23, Alter. Die dodged wie eine Level 30er, aber... Das ist das Wärste. Das ist... Die ist nicht Level 23, Alter. Oh, schade. Hast du den getroffen? Na, hast du den? Ich wollte den ja gar nicht kennen. Ich war ja auch ein Minimale, ich bin ein bisschen clean. Ja. Aber hast du den? Ja, klar. Er hat mich einfach mal getower-difed. Läuft, ja. Bisschen, ja. Wut. Wut und Verzweiflung. Das ist gut. Den interessiert, glaube ich, noch nicht mal den Damage, den du da machst. Der Rumble, der macht einfach mal richtig heftigen Schaden. Ja. Aber der kann, kein Live-Ding zu weg. Ja, der hat gewordet. Ah. Boah, scheiße. Wandel, geh weg. Das ist ein Ulti raus, geil. Alter, das... Wut der fuck, ey? Lass sie mal so ein bisschen, ich komm gleich. Alter. The damage. Da wird gar nicht mehr weggekommen. Da wird 23, was ich am Arsch. Ich glaube, ich bin zu langsam. Der ist viel zu schnell. Der Lee Sin kommt jetzt auch nochmal. Ja, der ist sowas von Smurf, alter. Der ist sucht, wow. Ja, ich komm mal. Ja, was ist, was ist, der Lee Sin? Da kommt Silber irgendwas. Hm, Silber 5. Alter, macht der Schaden. Mach der Kater mal ein bisschen Schaden. Was glaubst du das so an, kriegst du, die bist du eh nicht mit Ulti-Greifen, da. Setz noch mal. Oh nein! Ja, das hat ja super funktioniert. Ah, ich weiß. Ich werde langsam das Gefühl nicht mehr, nicht mehr los, dass ich schlechter werde. Ja. Oh nein. Bis 1, 2, das ist nicht gut. Ja gut, den Kill, das war aber wirklich, äh, Kill Secure. Achso, Karl. Der Lee, der steht schon 6-1, was denn los? Ich bin einmal durch den gestorben, der hat mich einfach mal locker getower-dived. Ich bin, naja, da pfst du mir draus und dann kam der auf Ammonie, kann ich mich auch getötet mit Ulti. Alter, was ist das denn? Oh. Das ist heftig. Ach, der Lee Sin ist weg, kann gut sein, dass er hier drunter kommt. Ich würde da mal unten warden. Na, ich. Oh, ich hoffe, was hat er sich von warden gekauft, da hat das kleine Dinge. Hat der da neu geworden? Ja, der Lee Sin ist auch hier, wo war das SS-1 von der Midline. Also habt ihr das gekauft. Oh, wie, das ist das du alleine lasst. Aber. Oh. Mit Damage. Ich sehe. Mit Damage. Hat sich doch gelohnt. Ich bin ein bisschen lowlife, aber egal. Warte, ich komme. Gemeinsam können wir diesen Typen, glaube ich, ein bisschen kalt machen, aber... Der Tower reicht mich, das rückt ja nicht. Nice. Oh, wo kommt die denn her? Ah. Ist das ehrlich? Na, geil. Hat ein Blue-Bach bekommen. Alter, ey. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Aber Katharina ist in Smurf, die ist nicht level 21. Wir sind also gegen vier, fünf Dreißiger und wir haben eigentlich Dreißiger. Oh, GG. Ohne den Leasen können wir die so fertig machen. Das ist viel schneller, sie. Ja. Ja, stand die Tarte nicht gerade auf 0-3. Heisse. Wie steht den jetzt? 4-3, okay. Okay, wo hat die anderen zwar auf der Botlane her, oder was? Einer sind von mir, aber da kann man auch keinen SS von der Midlane. Garno, du bist Supporter. Ich hab Stacks. Wir haben eine Irelia, die ist gefieldet. Das läuft dann schon. Ja, viel zu grünen. Wir haben auch einen Break. Hier oben ist er weg, ne? Ich wollte gerade hinlaufen. Das ist echt uncool. Oh, wo kommt die denn her? GG, ja, gut. Zeig. Nicht gut, Erik. Ja, Alter. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Au. Den Kammaluk, das nicht, ob dein Tau steht oder nicht. Der Tau, der hat die ganze Zeit schon. Ah, der hat sich in den Tau reinfliegen müssen. Treffen lassen und dann, wenn er sich ranzieht, in den Tau rein springen mit der Milch. Das seht ihr ja bisher. Ach, komm, mach deine Kuh. Ich warte auf dich, Lee Sin. Ja. Immer zu dritt. Oh, nein, doch nicht. Bis hinten. Was war das denn? Also, nur ein bisschen Pauke noch. Oh, nein, da hat sich der Engage gelohnt. Wow, er hat meinen Penta gekauft. Wo ist der Penta? Er ist gar nicht da. Komm, gleich kommt Rumble vorbei. Da ist er doch. Wow, die Warnow war hart gewonnen. Gut, die waren aber ordentlich ungedamaged. Klar, wir kommen auf unser Range. Das ist ja ein soforter Kaffeebus-Hard-Forken. Oh Gott, sieben Sekunden-Ulti. Ah, der hat mehr Leben, was ich machen kann. Seit jetzt. Lautkommen, wie der Lee Sin. Das hat keiner gesehen. Nö, ich hab's auch nicht gesehen. Wieso? Mach's nochmal. Best Q E-West, ey. Oh shit. Loin. Das juckt ihn einfach nicht. Ähm, ich sollte weggehen. Nein, hier ist der drauf. Alter, dieser Redbub, ne? Der ist einfach mal so heftig. Nice. Wo ist der Penta? Penta hat ihn immer geclaut, ey. Äh, Penta ist einfach nicht anwesend. Ne, Penta hat grad, äh, Ulti gemacht. Ja, so schnell geht es vor fünf, sieben. Oh, die haben da Wort. No, die Acht ist aber wie das Wort. Ok, man, richtig. Die Ash, die macht da teilweise so Geschichten, das verstehe ich nicht so, auf den ersten Blick. Die wusste ja nicht, dass sie da drin bin. Weggekommen? Weiß ich, die weggekommen wäre, die Ulti hätte die vielleicht. A little bit closer. Popo, einfach nur den Lee, dann bin der Logo noches gelöffnet in den rein. In den Lee möchtest du rein? Oh, mein Tier. Ey, wie die auf mich draufging. Ja, guck, das ist doch nicht Level 23, ganz ehrlich. Die haben uns heftig geacet, aber hallo. Ah, die Charter. Die ist wohl oft aber. Man verzentigt. Rumble hat den Penta gesteilt, GGPL, GG Rumble. Was ist? Rumble hat den Penta gesteilt. Ach, schön. Da freut man sich doch über solche Leute. Die Stier. Okay, vielleicht sollten wir die Karte vorkosten. Oh, lol. Ja, haben wir ja schon gemacht. Na gut. Gott, ey. Okay. Schön. Ja, lasst mich bloß keinen Farm, dann gehe ich in den Jungle. Okay. Ey, was soll ich denn sagen? Der Mann etwa nicht. Ja, ich hab' noch mal meinen den Lagen geholfen. Ich hab' noch denerweise ein Film geholfen. Einmal, der hat doch gedauert ein Film geholfen. Keinmal, wenn ich da schien will. Ohlde.... Ja, das ist ein Film sauber. Ah, das ist ein Film und da. Der läuft ja! Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Alter! Heftig hart! Weißt du, wir haben unser Spide verloren! Ah, scheiße! Du bist durch die Ulti gelaufen, hättest du nicht machen sollen! Versuch da, die drüber zu flashen! Oh, jetzt schnell! Okay, sauber! Nice! Weg, 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 weg! Das geht nicht gut aus! Da geht das gut aus! Jetzt grad, wo ich den Kill beobachten wollte, schwenkt die Kamera um! Herzlichen Glückwunsch! Ah, war ein Ulti-Kill! Ich freu mich laut, Recorder an! Passiert danach noch! Ja, ja! Wir haben einfach die übelsten Ultis! Daniel? Boah! Daniel stirbt gerade! Mein Ulti ist nicht so da! Du stirbt! Ich hielt mich nur! Der hat dich aber geultet! Wieso hat er dich geultet? Ja, das kann! Okay, da! Da hab ich wohl auch! Der hat doch... Der gibt doch gar kein Geld! Hat der Ding geultet, da! Auf, Cutter! Ja! Alter, ich bin nicht aus der Range raus gewesen! Oh, nice! Ja, nice! Ich lache, ey! Wenn hält die sich! Easy as real place! Starke Begriffe heute! Da kommt der Linse! Ich lese es wieder rein! Wuuuuhuuu! Wuuuuhuuu! Wauuuuhuuu! Darf ich den? Der Lyschen geht ja voll aralten! Jo, liest ihn nur Zeit, du! Ja, du bist noch mal! Ja, du bist noch mal! 2 Sites auf der der dem und und 있는데요. Ja, das ist jetzt so, das braucht er die zum wegschneiden! Und zum hinterlen! Ne, du hast du nicht! Oh, nice, Darn! Na, du bist du nicht da! Jetzt steht voll zusammen! Ja, das kann ich auch nicht so! das war schlecht von dir ja, der hättest du auch noch töten müssen da als Support machen wir normalerweise solche Kills, ich weiß ja, als Support machst du auch nicht richtige Kills, die richtig üblen oh nein, Kater komm, scheiße und hinter mir ist auch noch einer so, jetzt machen wir da eben kurz mal die Ash fertig oh 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 hallo wo ist Ash? wir machen mal die Ash fertig, Jo, können wir machen, ich die auf die Ash auf, ich sterbe wo ist hier überhaupt? die hat sich rüber geflasht, du Vogel weil ich hätte dich mitbekommen ich hab ja, stimmt, der Sound, ich hab dieses Pack ich hab noch dieses Sound, ich hab noch mal oh oh nee die 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 das die 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 ihn Röntgen als Gämmes Prozent von mir direkt nach dem Fall ist der Brot die Brüder ist bei ihm ja Halleluja Prozent 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 da kann ich erwarten dass sie direkt vorhanden Volk der Lärm so wegkommen Naja immerhin Wagen Toplane Alter die Minionwave Ah der taugt ja doch Nein ich bin Supporter Schakow das läuft ja Naja so stehst du zumindest Ja Ich bin der Supporter tut mir leid Alter sogar Lux hat mehr Kills als ich das ist traurig Ist weniger gestorben Ne doch Ne ich bin weniger gestorben Ich hab grad schon gedacht Autsch Autsch Ja okay da konnte ich nix machen Tschüss Ah mach mal ab Erik mach was, bist du so langsam Was soll ich machen? Oh lol ich bin ja gar nicht am Backport Die war nicht in meiner Range von dem Smite und seit ich die gesmited Nicht in deiner Range die ist direkt neben dir Die ist hinter mir her gelaufen Ja Richtig Dann wär die zu mir gesprungen und hätt mich gekillt Das wär auch nicht cool Ja Wer hat denn die erst gefeedet? Ich nicht Ich hab nur Katharina und Lise gefeedet Gehen alle auf mich drauf Weiß dran Weiß dran Ja Ja Vielleicht einfach mal Ultima Nö Erik denied Ob her Wann 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 Ich steh 1 10 10, was ist das? Report, ey. Hau die einfach, von Weitem. Jetzt bin ich tot. Was willst du mit so einer alte Schabracke machen? Ja, ich traue auf. Wieso bist du denn gesprungen? Wollt's weh machen? Aber die töten wir jetzt, oder? Da ist der Thresh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, das wollte ich nicht. Aber cool, ich hab zwei Kills. Wie seid ihr mir den Kneipp gegeben? Höchstwahrscheinlich, weil sie kann. Keine Ahnung. Äh, Drake? Mal doof gefragt. Ja, war nicht schlecht, ne? Andi, okay, hat sich erledigt. Oh, scheiße. Äh, du stirbst gerade. Aber der hat dich gerettet. Oh, der hat dich gerettet. Hehehehe. Jetzt stimmt nur noch Daniel. Jetzt stimmt nur noch Daniel. Ja, für euch beide. Ja. Ich finde das durchaus amüsant. Oh, das war meine Puppe. Die Ovax-Tenten alle. Die verlieren noch, wenn die das so weitermachen. Ich bin gerade mit dem Scheiß da gelaufen. Wir machen jetzt den Mid-Tower. Hast du keine Ult, Lukas? Nee. Pass auf, Kater auf, ne? Oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Sicherlich. Was soll das tun? Alles die Dumme. Das ist für Katharina, die macht einfach mal Damage auf Doom, weil sie es kann. Svenka, die 21, die kann nix. 23. Das gerade war der 23. Ist ne Anfänger. Ja, das ist gerade das Wort. Es geht gesehen. Natürlich ist die Anfänger. das ist mindestens Platz im Niveau er geht am Anfang einfach jeden jeden scheiß Anruf von mir geht dort schalte der Idee der kann gar nicht so gut seine Kuh machen Nein, Gott, Lein fahren eigentlich spielt eigentlich gar nicht mit schlecht fühlt sich zu geil boah, wenn du den noch kriegst oh, wie ich den noch gekillt habe na komm, Mädchen, spring zu mir mal, gucken, was die bringt Kaka fühlt sich geil, wenn ihr hier so mit ihrem Smurf fühlt jetzt steht ihr recht ja, den Tauern hat alles beteiligt, was ich hatte Alter, mach die Damage Alter, Alter, wie soll ich die Kaka bitte ulten Alter, die dodged ich dodged ja jeden scheiß das ist der Erfolg haben wir mal gesehen, Erik, nämlich für meine Ulti gedodged hat und dann meintest du noch ja, du kakku, ey ich nicht, nein, das war ein anderer ja, du kakku, ey hoff dein Gott, ne Erik, heute ist Gegenteiltag oh nein den lieben mache ich alleine fertig der soll kämpfen oh, das war ein Crit Crit für mich ey, ich habe ein Crit gemacht ja, ich mache jetzt glaube ich auch alleine fertig ich war ein Gloober-Fabrik gekommen, ey ich habe einen Gloober ja lohnt es sich Ruby Sidestone zu holen? was? lohnt es sich Ruby Sidestone zu holen? ich werde mehr reden halten und du kannst mehr Sidestown mehr Wards mitnehmen, ja das ist aber euch Sonjas und da müssen wir noch Support so, ich kann mir wenigstens noch jetzt nochmal Statics holen ja, die hat jetzt Das ist voll die Scheiße. Level 23, auf gut. Alter! Innerhalb von... Ja, gut. Hey, ich habe noch einen Fühl, nice! Gut, was will man gegen so eine Hexschlader wie Katharina machen? Möglichst nicht sterben. Ja, witzig. Ich bringe es wieder hin bis ins Zentroos. Also mal einfach... ...HP auf Dumont. So, Finishing! So, Finishing! Oh, 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 oh! Ja, dann ist jetzt Guardian. Das hat sowieso nichts gemacht. Ja, ich verabschiede mich auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play League of Legends. Bis dahin, auf Wiedersehen!